Wenn bei mir kein Wachstum stattfindet, dann werde ich unglücklich. Man wird als Arzt gar nicht trainiert darauf, an der Wurzel zu lösen, sondern du lernst im Studium Symptome zu behandeln. Kacke, eigentlich hätte die Frau vor 30 Jahren, hätte ich die sehen müssen. Und vor 30 Jahren hätte man was verändern müssen. Wir haben drei Jahre lang 80 Stunden gearbeitet und nichts verdient. So eine TV-Serie braucht ja auch immer Höhen und Tiefen. Ja, das waren manche Leute, die richtig geil sind. Mal die Leute, die du denkst, sag mal, haben die Insektenspray gesoffen oder was machen die da? Ja, und das waren die Insektenspray. Das ist der Start-up-Slaub-Podcast London. So, liebe Leute, ich bin heute im schönen Düsseldorf und habe mich hier an der, jetzt muss ich mir helfen, Benzenbergstraße hingestellt, neben dem Hauptquartier von IntoMind. Und neben mir sitzt der Mitgründer und Mediziner und namens Vetter Mark Einbach. Ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es richtig cool, dass du jetzt im Bus experienceierst. Ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl mal, wer bist. Ja, ich bin Marc. Ich sage immer, ich war mal Arzt. Das heißt, ich habe Medizin studiert, ganz klassisch, sechs Jahre lang. Und im Studium habe ich aber schon gemerkt, das ist irgendwie so langfristig nicht die richtige Umgebung für mich. Also, ich weiß nicht, ob Medizinstudenten oder Mediziner vielleicht zuhören. Gerade Medizinstudenten, ich habe es dann irgendwann Bulimie lernen genannt. Das heißt, du lernst super, super viel in kurzer Zeit. Erbrichst es aufs Blatt und vergisst es dann wieder. Und dann irgendwann im Studium arbeitest du ja auch relativ viel im Krankenhaus. Und da siehst du, dass alle frustriert sind. Krankenschwestern sind frustriert. Ärzte sind frustriert. Patientinnen sind frustriert. Es sind einfach alle frustriert. Und es ist nicht wirklich ein Ort, wo du eigentlich gesund wirst. Und auch nicht, wo du gesund werden möchtest. Und ja, dann war irgendwann so die Story, dass dann ich mit meiner damaligen Partnerin Mareike, Dr. Mareike Awe, auf der Couch saß und gesagt habe, oder wir beide gesagt haben, warum heißt es überhaupt Krankenhaus? Da ist ja der Fokus schon auf dem Wort Krankheit. Müsste es nicht eigentlich Haus der Gesundheit oder Gesundheitshaus heißen? Dann haben wir gesagt, okay, das ist genau das, was wir machen wollen. Nämlich wir machen unser eigenes digitales Haus der Gesundheit. Und das ist jetzt die Firma Intumind. Damals war das super, super klein. Das heißt, wir haben Impfstudium dann gegründet. Haben dich auch kennengelernt, Impfstudium? Impfstudium, erstes Semester kennengelernt. Genau, Impfstudium gegründet. Und dann so vom Mediziner mit keinerlei Vor. Wissen, nichts, keine Ahnung. So Stück für Stück dann ein Unternehmen aufgebaut, wo wir heute jetzt über 250.000 Kundinnen schon begleiten durften. Und was einfach immer noch super, super viel Spaß macht, weil wir jeden Tag wirklich tausende Leute gesünder und glücklicher machen dürfen. Und ja, darum bin ich heute, würde ich nicht mehr sagen, ich bin Arzt, sondern heute würde ich sagen, ich bin Gesundheitsunternehmer und das ist meine Identität. Und wir arbeiten jeden Tag hart daran, Menschen gesünder und glücklicher zu machen. Ihr habt eine unfassbare Geschichte gestartet und mit Intumind echt ein krasses Ding aufgebaut. Da wollen wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Auch gerne, was du gerade jetzt als Gesundheitssystem bezeichnet hast. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein bisschen kaputt. Mich würde da deine Meinung dazu ein bisschen interessieren, als jemand, der mal drin war. Aber vielleicht zum Start, neben der Geschichte, die du gerade erzählt hast, gibt es sonst etwas, was man zum Kennenlernen unbedingt über dich wissen muss? Oh, unbedingt über mich wissen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich wie bei vielen Unternehmern so ein bisschen hyperaktiv. Ein bisschen, man will einfach immer irgendwie was machen. Und daraus ist einfach auch so ein Drive entstanden. Und ansonsten halt so wirklich diese Unzufriedenheit mit dem Status Quo. Und ich habe herausgefunden jetzt in meinen letzten Lebensjahren, der größte Wert von mir eigentlich ist Wachstum. Und jeder Mensch hat so verschiedene Werte. Die sind auch nicht in Stein gemeißelt. Die kann man tatsächlich auch ändern. Du warst ja auch auf demselben Seminar wie ich bei Tony Robbins. Da geht es ein bisschen darum. Und ich weiß aber, wenn bei mir kein Wachstum stattfindet, dann werde ich unglücklich. Und darum entstand auch so ein bisschen die Unzufriedenheit im Medizinstudium. Weil ich gemerkt habe, ich bin hier irgendwann so ein kleines Rad. Ich kann hier nichts verändern. Ich kann hier nicht wirklich für Wachstum oder Verbesserung sorgen. Und wenn du halt nicht mit deinen inneren Werten irgendwie übereinstimmst, dann ist da so eine Dissonanz, die auch sehr motivierend sein kann. Und ja, damals habe ich dann das Buch Die Vier-Stunden-Woche in die Hand bekommen. Und das hat mir so diese ganze Welt von Unternehmertum eröffnet. Und ich habe gedacht, hey, ich glaube, da kann ich wirklich was erreichen. Und daraus ist dann jetzt die letzten acht Jahre einfach eine unfassbare Motivation entstanden, die Gott sei Dank bis heute anhält. Lass zum Start mal eine runde Rapid-Fire-Question zehn schnelle Fragen spielen. Entweder oder, der Marc ganz oberflächlich, Stadtbummel oder Waldbaden? Stadtbummel. Bösewicht oder Superheld? Superheld. Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße, dein Marc? Ich schreibe immer noch was Persönliches. Gelbe Ampel, Gas geben oder bremsen? Gas geben meistens. Homöopathie oder Medizin? Kommt drauf an. Auch was Homöopathie jetzt genau ist. Zwischending, kann ich nicht direkt Ja oder Nein sagen. Im Hier und Jetzt oder in der Zukunft? Leider muss man sagen, eher in der Zukunft. Aber auch gelernt, dass im Hier und Jetzt eigentlich besser ist fürs eigene Glück. Sehr gut. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Ändert sich auch. Je mehr man selber wächst, desto verletzlicher zeigt man sich und desto mehr merkt man, dass das einen Platz hat in der Welt und dass es auch mehr braucht. Unbedingt recht haben wollen oder fünf gerade sein lassen? Auch schwierig, weil ich gerade so in der Transition bin, wo ich diese ganzen Sachen lerne. Ich glaube, fünf gerade sein lassen. Chat schreibt, relequil regieren oder einfach abschicken? Ich bin eine Eule vom Persönlichkeitstyp, das heißt blauer Persönlichkeitstyp. Also ich korrigiere. Natürlich korrigiere. Wenn ich eine Exit-Tabelle öffne und da 13 verschiedene Schriftarten sind, dann kriege ich die Krise. Dann bin ich gespannt auf deine nächste Antwort. Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Zeit? Ich bin Schwabe, also die Antwort ist klar. Mega geil. Gut, Marc, dann lass mal einsteigen in deine Medizingeschichte. Mich würde interessieren, kommst du aus einer Medizinerfamilie oder warum Medizin? Wie so oft? Ja. Meine beiden Eltern waren Hausärzte, hatten zusammen eine Gemeinschaftspraxis. Auch da vielleicht lustige Parallele, weil ich ja auch mit meiner Partnerin dann gegründet habe. Das heißt, es war für mich schon natürlich, einfach mit der Partnerin zusammenzuarbeiten. Das war jetzt für mich nichts Neues, obwohl man sich großartig Gedanken gemacht hat. Aber ja. Quasi von den Eltern auch so ein bisschen... Genau, das war für mich ganz normal, ja. Und ansonsten, ja, da ist immer die Frage, nein, meine Eltern haben mich nicht dazu getränkt, Medizin zu studieren, aber du lebst damit einfach auf. Und meine Eltern waren so, die Dorfärzte, sag ich mal, und da ist es, das war so ein kleines Dorf, da ist man dann automatisch immer so, auch das Ärztekind oder mein Bruder und ich, die Ärztekinder. Und oftmals unbewusst geht man da so rein und ich war nach dem Abi einfach auch unentschlossen. Das heißt, ich hatte auch, darum habe ich bei Gelbe Ampel so gelacht, weil ich liebe auch Autos und Fahrzeugtechnik, weil ich habe mich für Fahrzeugtechnik auch in München beworben und einen Studienplatz gehabt. Und dann hatte ich diese beiden Studienplätze und ich habe mich dann aber für Medizin entschieden, weil mir das dann damals doch mehr zugesagt hat. Weil du das von den Eltern vielleicht so gekannt hast? Oder war das wirklich so eine bewusste Entscheidung, nee, Arzt, das ist mein Ding, da habe ich Bock drauf. Das war, also jetzt im Nachhinein war das sicher unbewusst, hat das mit reingespielt, ist ja deine Prägungen, deine Erziehung, das ist in deinem Unterbewusstsein, darum heißt unsere Firma auch IntuMind, weil ganz viel du eben mit deinem Unterbewusstsein machen kannst. Das heißt, es hat da sicher eine Rolle gespielt, aber es war von mir auch einfach eine bewusste Entscheidung, weil ich das Feld dann doch spannender, doch breiter gesehen habe und doch auch mehr mit den Leuten zusammenarbeiten, also mit den Menschen zusammenarbeiten wollte. Und als du nachher Medizin angefangen hast, du hast gesagt, du hast Mareike dann im ersten Semester kennengelernt, kannst du dich an so einen ernüchternden Moment erinnern im Studium, weil ich weiß es von befreundeten Medizinern, die dann so als Crème de la Crème dargestellt werden und dann irgendwann so im Studium merken, so, boah, irgendwas ist hier kaputt, irgendwas funktioniert hier nicht. Wie war das bei dir oder wie war das bei euch? Naja, da gibt es ganz viele Momente. Im Endeffekt, du, gerade in Düsseldorf, wir waren dann auch schon so ein Experimentierstudiengang, ich weiß gar nicht, Projektstudiengang. Das heißt, wir waren viel mehr als früher schon in der Klinik bei den Patientinnen. Und wenn du dann eben da eine 60-jährige oder 70-jährige Frau siehst, die eigentlich behandelt wird, gar nicht mehr, um das Problem zu lösen, sondern nur, um die Symptome so ein bisschen weiter zu kaschieren, dann denkst du dir, Kacke, eigentlich hätte die Frau vor 30 Jahren, hätte ich die sehen müssen. Und vor 30 Jahren hätte man was verändern müssen. Und das war so diese Ernüchterung, was mache ich hier eigentlich auf der Inneren? Ich habe hier nicht wirklich, ich kann hier nicht den Hebel umlegen und dann geht es der Frau, er verändert sich ihr ganzes Leben. Und klar kann ich das Leben vielleicht ein bisschen angenehmer gestalten oder Symptome kaschieren, aber ich löse nicht das Problem an der Wurzel, weil der Zug ist in gewisser Maßen schon abgefahren. Und daraus ist dann auch so dieser Präventionsgedanke von IntuMind entstanden, dass wir eben möglichst frühzeitig ansetzen wollen. Meine Frau hat letztes Jahr so eine Ayurveda-Kur gemacht und ich weiß oder ich habe verstanden aus dem Ayurveda, da gibt es mehrere Bilder, bis es dann wirklich zu einer Krankheit wird. Das gibt irgendwie so sechs oder sieben Stufen. Und wenn man bei uns in westlichen Ländern ins Krankenhaus kommt, dann ist man irgendwie im Ayurvedischen schon so auf Stufe vier oder fünf. Also es ist viel, viel früher anzufangen, um halt irgendwie prophylaktisch zu wirken. Warum macht man das nicht bei uns? Boah, das ist so ein vielschichtiges Thema. Im Endeffekt, heutzutage auch wie das Gesundheitssystem aufgebaut ist, ist man auch als, also man wird als Arzt gar nicht trainiert darauf, irgendwie an der Wurzel zu lösen, sondern du lernst im Studium Symptome zu behandeln. Das heißt, per Definition ist das Symptom ja schon da. Und so ist, also fängt es halt schon ganz klar an. Und ich, über 80 Prozent aller Ausgaben im Gesundheitssystem gehen eben darum, schon prävalente Krankheiten einfach zu behandeln und nicht davor anzusetzen. Und das heißt, dieses ganze System ist eigentlich von Anfang an schon falsch inzentiviert, aus meiner Sicht. Und ja, das ist schwierig zu ändern, weil natürlich ist das jetzt nicht ein kleines, agiles Startup, wo man mal irgendwie eine Entscheidung trifft, sondern es ist ja ein riesen Konglomerat. Auch Krankenhäuser sind ja teilweise riesen Konglomerate, die auch Profit machen müssen. Und wie machst du Profit mit beispielsweise Tagen von Patienten in Betten? Ja, und je länger die da liegen, gegebenenfalls, bis zu einer bestimmten Schwelle, wo sie dann kein Geld mehr kriegen, dann müssen sie schnell raus, verdient man Geld. Und darum ist es ja ein schwieriges Thema. Das sind strukturelle Schwierigkeiten. Ja, definitiv. Kannst du es mal mitnehmen in so ein paar Diskussionen, vielleicht auch mit deinen Eltern? Weil ich stelle mir vor, du kommst so als junger Arzt oder Arzt in Ausbildung in dieses System rein, denkst dir, krass, ich kann damit echt was bewegen, kann damit die Welt verbessern und merkst dann so in Praktika oder wirklich an Patienten, aber so wirklich was bringen, tut das nicht? Und ich stelle mir dann vor, keine Ahnung, in der Diskussion am Abend mit deinen Eltern, ja, das ist halt so, Bursch, so haben wir das auch gemacht. Wie seid ihr damit umgegangen, zu sagen, nee, wir wollen das nicht machen und wir nutzen diese Dissonanz oder diese Reibung, um selbst was zu gründen? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe das dann gar nicht so großartig mit meinen Eltern besprochen. Ich habe auch nicht, es ist auch jetzt nicht so, dass ich mich so unglaublich viel mit den Problemen, die in diesem System herrschen, beschäftige, sondern ich schaue viel lieber, was kann ich denn Gutes machen? Also was kann ich Geiles machen? Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich will da jetzt die Krankenhäuser irgendwie umkrempeln und schaue mir da alle strukturellen Probleme an, sondern ich fokussiere mich eher auf meinen Wirkungskreis. Ja, also was kann denn ich, wie kann ich heute mit unseren Inhalten, von denen ich tausend Prozent überzeugt bin, dass sie bei unseren Kundinnen richtig gut wirken und deren Leben verändern, wie kann ich damit möglichst viele Leute erreichen? Anstatt zu schauen, wie kann ich ein Riesensystem irgendwie verändern, wo ich eh nur ein kleiner Tropfen bin. Darum ist das jetzt auch gar nicht so ein Thema, wo ich mich ständig mit beschäftige, sondern bei uns geht es tagtäglich eigentlich darum, wie können wir unsere Produkte besser machen und wie können wir diese Produkte mehr Menschen zeigen. Wie haben diese Produkte mal ihren Anfang genommen? Wann war so der Moment bei Mareike und dir zu sagen, hey, wir müssen mit irgendwas starten, was war das und kannst du uns mal so ein bisschen in diese Anfänge mitnehmen? Ja, das war im Endeffekt Intuit, das war unser allererstes Produkt, also die Firma heißt IntuMind und unser erstes Produkt war Intuit. Eat wie Essen auf Englisch und Intu wie Intuition eben und das ist im Endeffekt dadurch entstanden, weil Mareike, meine Mitgründerin, auch selber damit immer ein großes Thema hatte und dieses Thema für sich aufgelöst hat. Also ich meine, Frauen, die zuhören, Mädels, die zuhören, die kennen das, ständig kreisen in Gedanken über das Thema Essen, abnehmen, sehe ich wirklich gut aus, Low Carb, Low Fat, High Fat, was mache ich jetzt, vielleicht doch jetzt diesmal was anderes und noch ein Workout, YouTube und so weiter und so fort. Also diese, gerade in der heutigen Gesellschaft, diese ständige Auseinandersetzung mit Körper und Essen und wie kann ich das perfektionieren, ist so ein riesen Load in den Köpfen und das hat Mareike eben für sich aufgelöst bekommen und ihre eigenen Learnings haben wir dann quasi in ein Produkt gepackt, was nicht mal ein Produkt war am Anfang, sondern wir haben gesagt, hey, wir haben da eine coole Idee und gibt es hier vielleicht fünf Krankenschwestern, die das mal mit uns austesten wollen. Und eine Sache, die wir bei IntoMind eben, sag ich mal, auch sehr viel Wert drauf legen und auch anders machen als die meisten andere, ist eben die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Wir nennen es mentales Training. Kannst du jetzt, also das ist eine Mischung, sag ich mal, aus NLP, Hypnose, einfach Konditionierung, etc. Und das ist seit jeher Kern unserer Produkte gewesen, dass wir eben nicht irgendwie großartig Ernährungspläne für die Leute schreiben, sondern dass wir es im Kopf eben verändern, weil wir sagen, Abnehmen beginnt im Kopf, Veränderungen im Endeffekt beginnen im Kopf. Wir wollen da auch an der Wurzel im Kopf anfangen, um Veränderungen wirklich auch langfristig zu machen, weil im Endeffekt eine Verhaltensveränderung ist, du änderst deine Gewohnheiten und das muss langfristig passieren und das muss sich irgendwie im Kopf verankern. Und darum machen wir da ganz viel eben mit mentalem Training. Und ja, um auf die Frage zurückzukommen, das erste Produkt ist aus den eigenen Erfahrungen von Mareike entstanden, wie ja so oft im Gründertum, und das ist dann meistens auch der beste Weg, weil du löst erstmal deine eigenen Probleme und dann löst du aus dieser Erfahrung die Probleme von anderen Menschen und das finde ich immer einen sehr schönen Weg. Das war bei uns ähnlich. Matthias und ich haben Lizza aufgebaut, eine Pizza aus einem gesunden Boden, aus Leinsamen und das war ein Thema, was Matthias mitgebracht hat, weil er früher, nicht professionell, aber sehr leistungsorientiert Volleyball gespielt hat, hatte eine schwere Sportverletzung, musste die Ernährung komplett umstellen, weil er nicht mehr so viel Sport treiben konnte und dann entsprechend nicht mehr so viel reinhauen konnte, wie auch schon. Und kam dann irgendwie auf Low Carb, also Kohlenhydrat, arme Ernährung und irgendwie bei Pizza ist das immer so der Holy Grail, dieser kohlenhydratreiche Hefe Weizenteig, den zu ersetzen, das ist immer irgendwie so ein bisschen speziell und hat für sich somit ein Problem gelöst, was dann andere auch hatten. Also es ist eine schöne Parallele. Und bei uns war irgendwie so dieser Moment, dass ein Produkt, was ankommt, als wir auf so einem Streetfood Hinterhofmarkt in Frankfurt einfach einen ersten Test verkaufen. Ja, mega. Um so zu merken, ist es etwas, was nur wir lustig finden oder kommt das am Markt an? Und wir haben da gelernt, es gibt eine Zielgruppe, die das Produkt gar nicht so sehr wegen Low Carb feiert, sondern weil es zufällig glutenfrei ist, weil wir halt Samen statt Getreide verwenden. Und wir haben das gemerkt, indem wir einfach mal rausgegangen sind und das getestet haben. Wann war bei euch der Moment, wo ihr gemerkt habt, hey, irgendwie diese Idee eines Programms, die kommt an. Da ist irgendwie Marktnachfrage da. Ja, da gibt es eine lustige Story tatsächlich. Also erstmal grundsätzlich haben wir immer gesagt, wir machen nur weiter, wenn unsere Kundinnen wirklich Erfolg haben. Sei es jetzt abnehmen oder ganz viele unserer Kunden berichten, auch sie verändern ihr ganzes Leben, weil sie plötzlich davor fast schon halb depressiv waren und wieder Lebensfreude für sich. Darum ist unsere Mission auch, we make people more healthy, more joyful. also diese Lebensfreude spielt bei uns auch eine große Rolle und dann waren wir auf so einem Startup-Wettbewerb, wo wir eigentlich nur zuschauen wollten und da bin ich bei einer Mitgründer Mareike dankbar, sie gesagt hat, nein, wir gehen jetzt auch auf die Bühne und pitchen und da haben wir uns immer sehr gut ergänzt, weil sie war immer so eher die Initiative und ich war eher so der Zurückhaltende. Aber hattet ihr da schon ein Produkt? Nein, wir hatten gar kein Produkt. Und dann haben wir das da gepitcht und dann das ist so ein Startup-Weekend-Format, kennt vielleicht jemand und dann werden so Votes gegeben und dann die fünf besten Ideen oder zehn besten Ideen werden dann über das Wochenende bearbeitet und dann wurde da so vorgestellt Zehnter, Neunter, Achter, Siebter, Fünfter und wir waren nicht dabei. Dann wusste ich, okay, wir sind nicht mal unter die Top 10 gekommen. Dann Zweiter wurde aufgerufen, waren auch nicht wieder. Dann war mir klar, okay, wir sind raus und dann Platz 1 waren plötzlich wir und ich konnte es gar nicht glauben und ich dachte, weißt du, wie haben die sich jetzt erzählt oder so, es war so crazy und dann über dieses Startup-Weekend, das lief auch so mega geil mit einem Team motiviert daran gearbeitet und so weiter und ich wusste, okay, hier ist mehr als ich vielleicht dachte, hier ist mehr dran und dann waren wir noch bei so einem Gründerwettbewerb von unserer Uni und auch da haben wir dann gewonnen und dann ging Zeitungsartikel über uns online, da weiß ich heute noch die Headline von der Redakteurin Ute Rasch, selbst den Namen weiß ich noch aus der Rheinischen und Grüße gehen raus von der Rheinischen Post und zwar die Headline war Abnehmen mit einer Pfundsidee, weil es eben Ideenwettbewerb war und dann haben sich plötzlich bei uns, da war glaube ich eine E-Mail-Adresse oder so angegeben, haben plötzlich uns 20 Leute angeschrieben, sie möchten gerne das Programm machen, was wir da vorgestellt haben, in Klammer, was es noch überhaupt nicht gab. So, ja und dann fing es eben an, auch da wieder so ganz konservative MedizinstudentInnen, Mareike und ich, oh Gott, wir müssen jetzt eine Firma gründen, wir brauchen AGBs, blablabla, würde ich heute alles anders machen, aber dann sind wir zum Anwalt gegangen, haben eine Firma gegründet und dann ging es los. Und wie war das so, also ich stelle mir gerade so euer Selbstverständnis vor, kommend von Ärzten, irgendwie die wissenschaftlich erzogen sind, wir machen jetzt ein Programm mit irgendwie Unterbewusstsein, Hypnose, NLP, das ist irgendwie Hokus-Pokus, hattet ihr das so als Spaßprojekt irgendwo verortet im Kopf oder wann war so dieser Moment da, no, it's serious now, wir machen das jetzt. Also ich bin ein sicherheitsliebender Mensch und spätestens mit der Gründung, wo du ja wirklich zum Anwalt GmbH oder UG damals und Stadtkapital und AGBs und sowas, das war ja damals komplettes Neuland für mich, ich habe auch keinerlei BWL-Hintergrund, keinerlei Marketing-Hintergrund gehabt, nichts, ich kam aus dem Medizineraushalt und das war es, ja. Und spätestens mit dieser Unterschrift war das für mich schon serious business und aber zu diesem Background, mentales Training etc., damit hat sich vor allem Mareike, ich aber auch einfach beschäftigt, ja auch im Rahmen Persönlichkeitsentwicklung, wir haben vorher über Tony Robbins gesprochen, Hypnose etc., das war schon immer ein Fable von ihr, das heißt, es kam ganz natürlich auch aus ihr heraus, obwohl wir, sage ich jetzt, bei diesem klassischen Medizin-Background hatten, waren wir schon immer sehr offen für solche Themen. Wurdet ihr belächelt von anderen? Selbstverständlich, also ich meine, ich kann nur an unseren DHDL-Auftritt erinnern, wir haben ja 2015 gegründet, der war 2016 und das muss man auch sagen, wir haben einen Deal angeboten bekommen, aber nicht angenommen. Wer hat angeboten? Jochen Schweitzer und sage ich mal so, dann ist meine Vermutung, so eine TV-Serie braucht ja auch immer Höhen und Tiefen, ja, das waren manche Leute, die richtig geil sind, weil die Leute, du denkst, sag mal, haben die Insektenspray gesoffen oder was machen die da? und das waren für die Dramaturgie, der Schaubahn wird die dann mit dem Insektenspray quasi, du weißt es selber, du bist da 60 bis 90 Minuten drin und das werden 8 bis 10 Minuten ausgestrahlt, sagen wir mal so, da kannst du relativ viel dann draus machen, ja, und naja, es kam halt so rüber, hey, kauft unser Produkt, esst einfach, was ihr wollt und ihr nehmt schon ab, sie haben uns ziemlich dämlich dargestellt und dann gab es so einen riesen Twitter-Shitstorm auch, da weiß ich noch, es gibt so ein Meme von, kennst du den Kirby, diesen Rosa Kirby aus irgendeiner Zeichenrichter und da gibt es so ein Meme, wo der sich einfach so Blätchen im Dauerlauf so reinfuttert und das war dann so quasi, war so dieses Dauer-Meme über uns und dann irgendwie Shitstorm wirklich innerhalb dieser Ausstrahlung, wir haben davor irgendwie mühsam zehn Fünf-Sterne-Bewertungen über unsere Facebook-Page gesammelt, plötzlich 30 Ein-Sterne-Bewertungen und so, das heißt, alles ist so implodiert und selbstverständlich, weil dieses Thema neu ist, weil wir es damals vielleicht auch noch nicht so gut erklären konnten, heutzutage, sag ich mal, wissen wir auch besser, wie man Marketing macht und Marketing ist ja im Endeffekt, wie kannst du deine Botschaft so verpacken, dass der andere sie auch versteht und für sich auch attraktiv, als attraktiv empfindet, da waren wir damals einfach nicht gut drin und das stößt natürlich auch Ablehnung, auch im Gesundheitssystem stößt es auf Ablehnung, aber das finde ich eigentlich das Schöne, weil ich bin auch so jemand, der über vielleicht Niederlagen oder Ablehnung oder harte Zeiten, das empfacht in mir so ein Drive, da war das jetzt nichts Schlechtes und ich würde die Erfahrung auf keinen Fall missen wollen, ja darum blicke ich da sehr positiv drauf zurück. Das ist ein schöner Link in unserer individuellen Geschichte, dass wir eben bei Höhle der Löwen direkt wirklich nacheinander waren, also ihr wart direkt vor uns in der Aufzeichnung, kam dann zurück und so, nee, es gab keinen Deal und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern, ich glaube, wir haben irgendwie zwei, dreimal Hallo und Tschüss und Erfolg gesagt, aber es war halt so eine Aufregung da und dann habe ich mir gedacht, okay, kein Deal, kriegen wir jetzt einen Deal, I don't know, sind da irgendwie rein. Bei uns war die, muss man sagen, die Ausstrahlung war fulminant, also bei uns haben sie fantastisch geschnitten. Bei uns war es nicht der Insekten-Spray, ich weiß es nicht, wir wurden echt richtig, richtig gut dargestellt und hatten auch das Glück, dass noch ein Werbe-Break zwischen, zwischen, da hat eben mehr Zeit, ja cool. Das war natürlich für ein E-Commerce-Business wie uns, war das fantastisch, weil die Leute irgendwie auf die Website gingen, aber ich stelle mir gerade vor, um auf euren Case oder deine Geschichte wieder zurückzukommen, dann erfährst du von so einer Masse draußen so eine krasse Ablehnung oder einen krassen Shitstorm und ein, was überlegt ihr euch, ihr seid doch Ärzte, ihr seid doch irgendwie die Gilde der Gesellschaft und wie könnt ihr nur? War da ein Moment davon, okay, das ist vielleicht einfach die größte Scheiße und wir sollten irgendwie wieder zurück und was anderes machen? Oder was hat euch befähigt und irgendwie energetisiert, aus dieser Ablehnung was Positives zu spinnen, wie du es gerade vorhin erwähnt hast, mit Certain-Marketing-Twists, das muss man besser erklären. Im Endeffekt das, was ich vorher gesagt habe, dass wir immer schon gesagt haben, wir machen nur weiter, wenn unsere Kundinnen Erfolg haben und das hatten die Leute. Die Leute, die wir am Anfang betreut haben, die erste Pilotgruppe, da kenne ich heute noch die Namen, weil wir die so eng betreuen, wie gesagt, da gab es kein Programm. Da habe ich dann die Programm-PDF, habe ich halt in Word zusammengeschustert und dann per Blind-Copy-BCC per E-Mail an alle gestellt. Das ist mein Ziel. Weißt du? Und die hatten riesige Erfolge. Die haben wir dann zu uns nach Hause in unsere Studentenwohnung, 50 Quadratmeter Studentenwohnung, Dachschräge eingeladen und da so eine Kamera aufgebaut und dann saßen die da auf so einem alten Küchenstuhl, der komplett fleckig war, in unserem Wohnzimmer und wir haben die so gefilmt und die einfach gefragt, hey, was waren deine Erfahrungen? Und die haben Sachen erzählt, dass ich danach mit Marek gesagt, Marek, wenn wir das als Video, die denken, wir haben die bestochen. Die denken, das ist gefakt, weil die so tolle Sachen erzählt haben. Was haben die gesagt? Dass deren ganzes Leben sich geändert. Die haben also, oftmals auch unsere Kunde sind, sag ich mal, Leute, die jahrelange Diätkarriere hinter sich haben. Die wirklich seit 10, 20, 30 Jahren sich von einer Diät zur anderen hangeln und immer weniger Erfolg haben, deren Stoffwechsel immer weiter runter geht und dass die ein ganzes Leben bedrückt. Und dann haben die mit unserem Programm angefangen, und das war mal was komplett anderes. Und die sind aufgegangen, die haben gestrahlt, die haben nicht nur ihr Essverhalten geändert, die haben nicht nur abgenommen, sondern die haben auch andere Lebensbereiche transformiert. Und wir sagen bis heute, Kundinnen von IntoMind erkennst du an ihrem Strahlen eigentlich, an ihrer Ausstrahlung, weil da so viel passiert. Und da haben die einfach tolle Geschichten erzählt, die wir so gar nicht glauben konnten. Und das war, um auf deine Frage zurückzukommen, das war unsere Motivation. Diese Leute, weil wir wussten, es funktioniert, wir wussten, wir schaffen Veränderungen. Und jetzt vielleicht nicht mit Millionen Menschen, wie bei DHTL, aber seien es nur 10, 20 und dann wurden es irgendwann 100 und 200. Und am Anfang sind wir immer in Runden gestartet. Das heißt, alle drei Monate haben wir irgendwie 100 Leute losgelegt, oder so. Kohorten. Kohorten, genau. Und ja, jetzt sind es 250.000 und das war das, was eigentlich uns den Drive gegeben hat. Mega. Auch eine krasse Parallele zu unserer Geschichte, weil die Litza geben ihre Hauptzutat Leinsamen und Leinsamen hat natürlich einen eigenen Geschmack. Ja. Und wenn du sagst, Pizza hat jeder ein Bild im Kopf. Jeder hat irgendwie so ein krasses Geschmackserlebnis, in so eine Pizza reinzubeißen. Und dann gab es halt viele Leute, die unter Pizza was anderes verstanden haben und die uns richtig scheiße fanden. Und die gesagt haben, es schmeckt überhaupt nicht, absolute Kacke. Wenn du dir die Amazon-Bewertungen angeschaut hast, dann war da so ein Deepol drin. Da gab es Leute, die haben es richtig hart gefeiert und andere fanden es richtig scheiße. Es gab aber irgendwie niemanden, der so ein Zwischending hatte. Das hat natürlich Leute auch so ein bisschen neugierig gemacht. Also auch bei uns, obwohl wir viel Ablehnung gegeben das Produkt oder die Eigenschaften erfahren haben, haben wir uns darauf gestützt, hey, es gibt eine Zielgruppe, die das total feiert und für die machen wir das. Und es war ein Stück weit auch so ein Helfer im Nischenfinden. Ja, definitiv. Auf wen orientieren wir uns, um den Fokus nicht zu krass zu verlieren? Turns out, wir haben dann trotzdem viel zu viel gemacht. Gründerkrankheit. Ja, absolute Gründerkrankheit. Ja, das ist also, und das ist glaube ich auch das, was man realisieren muss. Du kannst nicht jedem helfen und oftmals sind auch die Erfahrungen der Leute, die sie da vorgemacht haben, wichtig, um überhaupt zu dir zu finden, wie mit dieser jahrelangen Diäterfahrung, weil davor hast du einfach gar nicht den Pain, mal was Neues auszuprobieren und dich mal, sag ich mal, was Alternativeren vielleicht hinzugeben. Und das ist immer so darum, ja, wir sind sehr, sehr happy einfach mit den Leuten, die unsere Programme absolvieren, weil denen können wir wirklich, vielleicht auch nach vielen Jahren Leid, können wir wirklich super neue Strahlen aufs Gesicht zaubern. Wie ist dann eure Geschichte weitergegangen? Ihr habt diese ersten guten Erfahrungen gemacht mit diesen ersten Kohorten. Wie seid ihr gewachsen? Welche Challenges musstet ihr da lösen? Ja, man muss sagen, heute sind wir so, ja, es steht Into Mind auch ein Stück weit für Erfolg. Wir machen ja auch viel auf LinkedIn, irgendwie achtstellige Umsätze, 30 bis 40 Mitarbeitende, 100 Prozent eigenfinanziert. Das hört sich dann irgendwie nach acht Jahren alles so toll an. Vielleicht kennt man auch so dieses Bild, bin so Erfolg und dann Eisbühne, der Eisberg und was da alles dahinter steht. Und die ersten drei Jahre waren wir überhaupt nicht erfolgreich. Wir haben ja noch nebenher Medizin studiert, drei Jahre lang, glaube ich. Also jetzt gegründet, in welchem E-Mester? Das müsste dann, ach, das Semester so gewesen, ich habe, da kann ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Aber während der letzten zwei, drei Jahre des Studiums. Und ja, dann haben wir gegründet noch, dann haben wir studiert und noch unsere Promotion zu Ende gemacht. Das heißt, wir haben 80 Stunden gearbeitet und das über drei Jahre lang und wir haben nichts verdient. Ja, also wir haben drei Jahre lang 80 Stunden gearbeitet und nichts verdient. Hat es gereicht, um euch zu finanzieren? Genau, aber wir waren auch Studenten. Unsere Eltern haben uns, ich weiß noch, nur 600 Euro im Monat dazu geschossen im Studium und das war so eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Und da überlegst du dir schon mal irgendwann, ich kann vielleicht nicht mehr. So nach zweieinhalb Jahren, wie fragt man das geht? Ja, dann nach ein paar Jahren denkst du dir, keine Ahnung, ob das klappt so und ob ich vor allem das einfach auch energie-technisch aushalte, weil gerade, ich habe vorher von meinem Wert Wachstum erzählt, für mich ist wichtig, dass ich irgendwie so ein Vorankommen merke, auch für meine Motivation. Wie gesagt, Gott sei Dank waren da unsere Kundinnen, die Erfolge hatten, die uns immer so wieder motiviert haben. Und dann, wenn du jetzt fragst, okay, wie haben wir dann geschafft, das doch größer werden zu lassen? Das war dann im Endeffekt irgendwann Online-Marketing, ja, also dass wir dann doch auch mit Facebook-Ads oder Instagram-Ads und Social Media angefangen haben. Und auch da weiß ich noch, als Festgeist angewiesen, dadurch, dass wir keinerlei Background in dem Thema hatten, das Thema Online-Marketing, Facebook-Ads, ich beschreibe das heute so, stell dir vor, du kommst in eine, du gehst durch eine Tür und dahinter ist einfach nur Pitch Black, also dunkel. Und du weißt überhaupt nicht, wie groß ist dieser Raum? Ist das jetzt eine Riesenkirche? Ist das ein ganz kleines Studentenzimmerchen? Und du hast so eine winzig kleine Taschenlampe und leuchtest da so ein bisschen rum und hast aber keinen Plan, wo du hingehst? So war Online-Marketing für uns. Und dann haben wir uns da Stück für Stück einfach reinprobiert, ganz viele Sachen ausgetestet, bis wir halt irgendwann auch einen Weg gefunden haben, dass Leute unsere Inhalte verstanden haben und auch bereit waren, Geld zu investieren. Ja, zum Beispiel damals über ein Webinar, was dann wirklich hunderttausende Leute sich angeschaut haben und dann unser Produkt gekauft haben. Und das war dann irgendwann einfach so unser Wachstumsfaktor, dass wir es eben geschafft haben, unsere Visionen und unsere Produkte zu kommunizieren, sodass Leute gesagt haben, okay, I want to try. Nice. Wir haben Mareike und du sich aufgeteilt in dieser Reise, weil ich erinnere mich zurück, Matthias und ich haben mehr oder weniger leider alles zusammen gemacht, haben uns viel zu wenig aufgeteilt und viel zu wenig Resource gezogen. Wie war es bei euch? Ich glaube, es war eine gute Mischung. Wir haben auch viel zusammen gemacht, wir haben die strategischen Entscheidungen auch eigentlich immer zusammen getroffen, aber natürlich hatte jeder so seinen Bereich. Ja, Mareike war ja auch immer eher das Gesicht nach draußen, das heißt, sie hat auch mehr den Content gemacht, sie hat auch mehr die Inhalte des Programms gemacht und ich habe dann eben andere Dinge gemacht, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, die Strukturen. Was ist denn Online-Marketing? Also das haben wir auch beide gemacht, muss ich sagen. Also sie war da auch sehr stark drin, aber ich habe dann auch irgendwann natürlich dann primär das Online-Marketing-Team geführt, das Operations-Team geführt. Wir haben auch sehr viel in eine App investiert, das heißt in Technik, also diesen ganzen Technik-Part habe ich dann übernommen. Das heißt, da haben wir uns dann schon aufgeteilt, aber wir hatten auch, sage ich mal, also die Grundpfeile, Vision, Strategie etc. haben wir eigentlich immer zusammen gemacht. Was würdest du sagen, neben dem Wachstumshebel Online-Marketing, was habt ihr sonst auf dieser Scale-Up-Reise richtig, richtig gut gemacht? Ich würde sagen, irgendwann zu verstehen, dass Menschen Vertrauen brauchen, gerade für unser Produkt und dass Menschen Vertrauen mehr mit einem anderen Menschen aufbauen, als mit einem Unternehmen. Und dann haben wir irgendwann eben gesagt, okay, Mareike, positionieren wir jetzt eben mehr als Personal Brand. Das heißt, sie zeigt sich auch mehr vor der Kamera. Wir haben das im Instagram-Kanal von Intuit dann zu Doktor mit Mareike Awe umbenannt, dann ein Podcast gelauncht, wo sie eben der Host war und wo sie auch ihre persönlichen Geschichten erzählt hat. Und das war, denke ich, was uns viel Erfolg gebracht hat, nämlich einfach diesen Menschen in den Vordergrund zu stellen und ein Gesicht zu zeigen. Und das hat uns sehr geholfen. Hat es dich genervt, Mareike immer im Scheinwerferlicht zu sehen? Immer ist sie irgendwo in Presseartikeln, online und so weiter. Und hey, aber mir gehört auch 50 Prozent dieses Lads. Tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, warum, aber es war für mich selbstverständlich. Ich war dankbar, dass sie es gemacht hat, weil sie wollte eigentlich auch nicht wirklich vor die Kamera. Aber sie war natürlich dann einfach passender für die Rolle. und da hatte ich nicht. Und da bin ich bis heute jetzt im Nachhinein auch stolz drauf. Damals war es für mich ganz natürlich, dass ich dann nie so diese Ego-Probleme hatte, sondern dass wir da immer ein sehr, sehr eingespieltes Team waren. Und zum Beispiel ist hier dann auch Forbes 30 under 30 geworden mit unserem Unternehmen so. Und ich war jetzt schon 31. So und sie war halt noch 30. Das hat dann bei mir nicht mehr geklappt. Aber auch das war eigentlich eine schöne Erfahrung, weil ich das schon auch immer auf mich beziehen konnte, weil wir immer ein starkes Team waren. Aber auch so in, ich weiß nicht, im öffentlichen Auftritt, ihr geht auf irgendwelche Veranstaltungen und so weiter, das ist natürlich sie die shiny person, weil sie auch natürlich gesehen wird. Und das hast du für dich gut verpacken können. Warum? Ich weiß es nicht tatsächlich, warum. Also weiß ich nicht, vielleicht, weil ich würde schon von mir sagen, dass ich ein emotional sehr stabiler Mensch bin, dass ich eine sehr stabile Erziehung, glaube ich, genossen habe und dass ich dadurch in mir sehr gefestigt bin. Das ist, glaube ich, eine meiner größten Stärken, neben vielleicht auch Resilienz, also was wahrscheinlich damit auch sehr einhergeht. Darum, ich kann es nicht genau sagen, es ist bei mir einfach nicht so das große Thema. Wenn du gerade sagst, Resilienz, was tust du oder was hast du in der Vergangenheit gemacht, um so diese eigene Widerstandsfähigkeit hochzuhalten, dass dich nicht alles sofort mitnimmt und dass irgendwo so ein Raum zwischen Reiz und Reaktion ist? Ich meine, Resilienz baust du auch auf über Erfahrung ganz viel. Ja, also und je größer dein Unternehmen wird, desto größer werden irgendwann auch die Probleme. Du kennst das vielleicht und am Anfang haben dich vielleicht Probleme total aus der Bahn geworfen, wo du drei Jahre später, wenn du dasselbe Problem bist, das wäre so ein, ja, schick halt eine Mail raus, da gib es halt dem Anwalt. Die erste Abmahnung. Ja, genau. Oh, wir auch. Und unser Unternehmen geht irgendwie bach ab. Genau, die gleiche Geschichte. Ja, später Abmahnung. Ah ja, Standardprozess. Ja, so. Und das heißt, du wächst natürlich mit diesen Erfahrungen, aber ich glaube, es ist schon, also es ist auf der einen, das ist meine persönliche Meinung, ich habe mich damit nicht zu viel beschäftigt, aber es ist auf der einen Seite, glaube ich, erfahrungsbasiert, aber auf der anderen Seite schon auch Prägung basiert. Also, wie bist du aufgewachsen? Was hast du für Erziehung vielleicht auch genetisch basiert? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin von der Grundauslegung eher sehr stabil. Es gibt ja auch diesen Spruch Antifragilität. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das heißt, Systeme, die unter Druck und Chaos eher noch stabiler werden. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist bei mir so, weil ich, wir haben so den Spruch im Unternehmen, wenn es richtig, wenn es richtig kracht, dann, dann komme ich eigentlich so in meine, in meine Kraft erst rein und dann kommt, das ist so ein bisschen meine Superpower und lasse mich davon nicht aus der Ruhe bringen. Das hat mich schon oftmals, mir oftmals geholfen, da bin ich jetzt mittlerweile sehr dankbar für. Rauchst du dann auch ordentlich Shit hits the fan, damit du in deinen Wert Wachstum reinkommst? Das ist eine tatsächlich sehr gute Frage. Ich würde sagen, nein, weil Wachstum auch auf positive Art und Weise passieren kann. Also, nee, ich würde sagen, nein, weil, wie gesagt, du kannst Kundenerfolge, Umsatzwachstum, Mitarbeiterentwicklung, es können auch alles Growth-basierte Themen sein, aber ja, auch so diese Challenges meistern ist natürlich auch, und das ist Gott sei Dank, etwas, wodurch mein Wachstumswert befriedigt wird. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, ja, Werte basiert Resilienz. Wenn du einen Wert Wachstum hast, dann weißt du in so einer richtig krassen Situation, dann weißt du da, wächst du her. Jetzt denke ich mich so ein bisschen in eure Situation rein, als Paar, als privates Paar, aber auch als Gründerpaar 24-7 zusammen zu sein. Wie habt ihr diese Challenge gemeistert? Oder was habt ihr gemacht, damit das wirklich gut funktioniert? Weil das so eine intensive Journey ist, vor allem, wenn man auch ja noch privat zusammen ist. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich meine, mittlerweile sind wir getrennt, dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt unbedingt das Role Model für sein möchte, wobei es, glaube ich, damit weniger zusammenhing. Ich glaube, dass wir das schon super gut hingekriegt haben. Also ich bin da sehr stolz drauf und sehr dankbar für, wie wir diese, wir waren ja über, oder fast zwölf Jahre zusammen und haben acht Jahre das Unternehmen zusammengeleitet und es hat immer sehr gut und sehr harmonisch funktioniert. Dafür Erklärungen im Nachhinein zu finden, ist, glaube ich, schwierig. Es hat einfach gematcht. Wir hatten die gleiche Vision, wir hatten ähnliche Werte, wir hatten die gleichen Ziele, den gleichen Drive. Ja, es ist, glaube ich, schwierig, wenn zwei Menschen an einer Sache arbeiten und der eine hat vielleicht andere Erwartungen von wo wollen wir überhaupt hin als der andere. Auch wenn man jetzt sagt, du meintest relativ groß geworden, 250.000 Kunden. Wenn du eine Mitgründerin oder Mitgründer hättest, die sagt, ja, 10.000 Kunden reichen mir jetzt aber auch und der andere sagt, nein, ich will immer mehr und immer mehr, das clashed, glaube ich, relativ früh. Aber wir hatten immer schon große Pläne. Ja, wir wollen eine Million, 10 Millionen Menschen zu mehr Gesundheit und Lebensfreude verhelfen. Das war immer sehr allein und ich glaube, das war ein großes Thema, dass das sehr gut funktioniert hat. Die Vision ist so das eine Thema, wo wir gemeinsam hin, aber es gibt ja trotzdem persönliche Unterschiedlichkeiten. Oft ist es so, dass die Natur bewusst unterschiedliche Menschen zusammenkriegt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, Harmonie findet sich dann in der Unterschiedlichkeit. Wie seid ihr damit umgegangen oder es klingt so, wie du es vorhin beschrieben hast, wir waren eigentlich immer relativ harmonisch. Wart ihr zugleich? Nein, ich würde nicht sagen. Ich würde zum Beispiel die Story, die ich vorhin erzählt habe, dass Mareike immer eher die Initiative war. Das hat uns extrem gut ergänzt. Jetzt im Nachhinein, nach der Trennung, es sind auch spannende Erkenntnisse bei mir passiert, dass ich mich auch in solchen Situationen befunden habe und mir überlegt habe, okay, was hätte Mareike jetzt gemacht? und dann überlegt hätte, okay, sie wäre jetzt da voll all in gegangen, okay, let's do it und ich wäre eher der gewesen, nein, lieber nicht. Und ich habe für mich auch jetzt nach der Trennung realisiert, ich darf mehr auch diese Charaktereigenschaften bei mir mehr integrieren und das ist so ein ganz spannender Prozess. Oder zulassen. Oder zulassen, genau. Oder auch, oftmals ist es ja auch so, in diese Uncertainty, also in diese Unsicherheit reinzugehen und sie war da vielleicht nicht ganz so sicherheitsgetrieben wie ich und daran kann ich viel lernen, auch jetzt im Nachhinein noch und konnte ich immer viel lernen. Darum, ich glaube, wir haben uns da gut ergänzt und auch auf die Stärken des anderen vertraut. Also sie hat mir nicht in meine Technik-Sachen irgendwie reingeredet und ich habe ihr nicht in ihren Podcast, wo sie ihre Herzensmission wirklich von Herzen gesprochen geteilt, da habe ich ihr auch nicht reingeredet. Und ich glaube, darum hatten wir da nie in diesen Details, hatten wir nie große Differenzen und in der Big Vision haben wir aligned und das war, glaube ich, das Geheimrezept. Ich frage mit diesem Punkt zugleich, weil ich jetzt rückblickend reflektieren in der Zusammenarbeit mit Matthias, mit meinem Mitgründer, so die Erkenntnis gewonnen habe, wir sind oder wir waren, nein, eigentlich wir sind, wir sind sehr, sehr gleich. Matthias musste teilweise nur einen Satz anfangen, ich konnte dir haargenau sagen, wir den vollenden. Oder es kam irgendeine Business Opportunity rein und wir mussten uns nur angucken, ja, safe machen wir. Das hat ganz viele Vorteile in der schnellen Entscheidungsfähigkeit, aber ehrlicherweise hat uns rückblickend ein Korrektiv gefehlt. Ja, verstehe. Du scheinst mir oder in eurem System, Mareike und Marc, scheinst du ein gutes Korrektiv zu ihrer Initiative gewesen zu sein. Wir mussten dieses Korrektiv im Investorenkreis suchen oder dann auch finden, um irgendwie so eine Balance herzustellen. und bei uns war es in Anführungszeichen nur Business, bei euch war es noch privat mit dazu und ich habe irgendwie eine krasse Faszination, wie ihr das irgendwie gemacht habt und frag mich, ob du, ich weiß nicht, kannst du irgendwie so zwei, drei operative Dinge teilen, was ihr als Paar gemacht habt, um diese Gründerreise gut zu meistern. Als Mini-Beispiel, Matthias und ich, wir waren ja kein Paar, aber gefühlt haben wir so viel Zeit gebracht, als ob es ein Paar wäre. Wir haben ab und an so Matthias, Marc, Quality Time Kalendereinträge gemacht, um einfach irgendwie über Metatheme zu sprechen. Habt ihr sowas gemacht oder was habt ihr gemacht, damit irgendwie nicht nur Business-Themen diskutiert wurden? Gut, wir haben natürlich zusammen gewohnt, also wir haben 24-7 zusammen verbracht. Wir haben alles zusammen. Alles wirklich. Ich glaube, ich würde behaupten, für ein Paar, was irgendwie so lange zusammen war, zwölf Jahre, liegen wir sicherlich in den Top 0,1 oder 1 Prozent an Netto-Zeit miteinander verbracht. Weil es gibt ja ein paar, die sind zwar zwölf Jahre zusammen, aber die haben einen anderen Job zum Beispiel. Wir waren auch immer im selben Office. Wir waren auch eigentlich immer zusammen im Urlaub. Aber wir waren nicht 30 Jahre zusammen. Vielleicht wäre das so. Aber wir waren 30 Jahre zusammen. Darum, wir haben auch, natürlich kommt dann automatisch, dass du auch über andere Themen dich austauscht. Das heißt, wir hatten da jetzt nicht so einen operativen Hack. Und jetzt auch schon, es ist, was du sagst, jetzt im Nachhinein, in der Retro-Perspektive würde ich sagen, wenn ich wieder neu gründen würde, würde ich auch mit jemand anders gründen wollen. Weil ich glaube, diese Symbiose aus unterschiedlichen Charakteren ist sehr wichtig. Zum Beispiel Tony Robbins sagt ja auch, es gibt drei verschiedene Arten. Es gibt den Artist, dann gibt es den Manager und den Entrepreneur. Und du brauchst eigentlich alle Qualitäten in deinem Business. Natürlich bist du als Gründer manchmal gezwungen dazu, alle drei Qualitäten in dir zu vereinen, was aber nicht immer gut geht. Gerade so für den Artist ist das eher schwierig. Und das ist auch jetzt natürlich, wo ich dann in der Situation bin, dass ich das Unternehmen jetzt alleine führe. Natürlich nicht alleine, weil ich habe ein starkes Führungsteam, aber jetzt bin ich alleiniger Geschäftsführer, frage ich mich schon, oh, kann ich quasi diese Qualitäten vielleicht in mir vereinen oder wie kann ich das anders in mein Daily Life bringen, damit da eben nichts verloren geht und nicht große Opportunities, die vielleicht Mareike wahrgenommen hätte, damit ich die nicht einfach bei mir durchrutsche. Und das ist gerade schon so ein neuer Prozess. Und das hatte ich gesagt, es gab so die eine oder andere Situation, wo ich gesagt habe, Mareike wäre hier jetzt initiativ reingegangen. Dann habe ich mich gezwungen, da über meinen Schatten zu springen und das auch gemacht. Aber das ist eine schöne Wachstumspersonal. Ja, das ist super. Also es ist für mich jetzt im Nachhinein auch eine superschöne Chance und was auch mein Wert Wachstum auf, sage ich mal, wieder sehr befriedigt, sodass es mir damit auch richtig gut geht. Ihr habt so viele Dinge mega, mega gut gemacht auf dieser Scale-Up-Reise eures e-Health-Startups oder in welcher Kategorie würdest du euch einordnen, wie würdest du sagen? Du meinst jetzt Scale-Up oder Start-Up? E-Health? Ja, also wir sagen, Gesundheitsunternehmen e-Health hört sich für Bewerber nochmal ein bisschen fancier an, sage ich mal. Für unsere Kundinnen sind wir vielleicht eher ein Gesundheits- oder Coaching-Unternehmen. Aber im Endeffekt ist es alles das Gleiche. Wir wollen einfach Leute zu einem gesünderen und glücklichen Leben verhelfen. Ob du es e-Health nennst, weil wir eine geile App haben, die sehr technikvoll gepackt ist oder weil wir Coaching-Tools nutzen, sind wir ein Coaching-Unternehmen oder weil wir einfach für Gesundheit sorgen, sind wir ein Gesundheitsunternehmen. Ihr habt das so geil aufgebaut und seid jetzt mittlerweile irgendwie 250.000 Kunden, zweistellig Millionen Jahresumsatz. Was ging überhaupt nicht auf in den vergangenen Jahren? Kannst du uns nur zwei, drei Beispiele nennen von absoluten Fuck-Ups, die ihr richtig so an die Wand gefahren habt? Im Endeffekt immer, wenn wir den Fokus verloren haben. Also wenn wir, darum ist auch eine unserer Unternehmens-DNA-Werte, ist Fokus, wo wir sagen, okay, wir machen lieber wenige Dinge richtig gut anstatt ganz viele Dinge so mittelmäßig. Und ja, da gibt es bestimmt viele Beispiele, sei es, wir haben irgendwie einen Social-Media-Kanal gestartet, sei es jetzt bei TikTok, der so nebenher lief, dann wird das auch niemals erfolgreich werden. Darum, aktuelles Beispiel auch, Mareike hat immer den Podcast als Haus gemacht von uns und der ist jetzt gerade so ein bisschen auf Eis. Früher hätte ich so dieser defokussierte Marek gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell wieder den Podcast in den Start bringen, weil das ist wichtig. jetzt treffe ich für mich eher die Entscheidung, hey, wenn wir einen neuen Podcast an den Start bringen, dann nur mit einem richtig guten Konzept, wo ich wirklich das Gefühl habe, der bringt richtig mehr Wert und da brauchen wir Fokus für, da brauchen wir vielleicht eine Mitarbeiterin für, die nur das macht und darum ist der Podcast jetzt einige Wochen oder Monate erstmal auf Eis, bis wir damit richtig fokussiert an den Start gehen. Und das ist, glaube ich, so ein allgemeines Learning, woraus eben viele Fuck-Ups einfach entstanden sind. Ja, also sei es dann zu viele Social Media Kanäle oder zu viele MitarbeiterInnen auf einmal eingestellt und Kostenexplosionen wieder zurückrudern. Genau und Mitarbeiterthema, vielleicht dann noch ein zweites konkreteres Fuck-Up, ist einfach, wenn du nicht weißt, was macht dein Unternehmen wirklich aus und dann liest du als Gründer von so Themen wie Unternehmenswerten und denkst, wir brauchen jetzt Unternehmenswerte und dann sitzt du bei dir zu Hause und was hört sich cool an. Ja, und dann machst du zwölf Unternehmenswerte und da ist dann dabei Exzellenz oder was auch immer, ja, was oftmals auch bei großen Konzernen irgendwie an der Wand steht und dann stellst du Leute ein, ohne überhaupt für dich selber zu wissen, passen die wirklich zu dir und dann hast du plötzlich so einen kompletten Mismatch und das war, 2019 haben wir irgendwie, weiß ich nicht, 20 Leute eingestellt und 16 davon sind wieder gegangen, weil wir keine Ahnung von Recruiting hatten und dann haben wir das Ganze nochmal reflektiert und das heißt jetzt bei uns eben nicht mehr Unternehmens, Werte, sondern es heißt DNA-Werte. Warum DNA? Weil wir verstanden haben, das muss von innen heraus kommen. Ja, also Unternehmenswerte sind nichts, was du außen drauf hältst, sondern hey, frag dich doch erstmal, was hat dich erfolgreich gemacht und was sind diese Aspekte, die dich erfolgreich gemacht haben und daraus sind unsere Unternehmens-DNA-Werte entstanden und als wir die kannten, haben wir jetzt auch im Recruiting einfach verstanden, okay, welche Leute passen zu uns und das macht es so vieles so viel einfacher. Und diese Werte kommen auch aus euch als Gründer? Definitiv, ja. Wir sind ein sehr persönlich geführtes Unternehmen, also in diesem Unternehmen steckt ganz, ganz viel DNA, auch noch von Mareike, ja, und auch von mir. Und die DNA-Werte sind auch, muss man sagen, schon so ein bisschen unsere persönlichen Werte, weil diese persönlichen Werte haben natürlich das Unternehmen, als wir am Anfang alleine waren, auch erfolgreich gemacht und das sind eben so Werte, wie der allererste Wert ist, know your why, start with why, weil wir eben aus dieser, eigentlich aus, was ich vorhin erzählt habe, aus dieser Geschichte, hey, hier läuft so viel falsch, lass uns was Geiles, was anderes machen, das war unser Warum. Ja, und dann die Erfolge unserer Kundinnen war unser Warum und das gibt dir natürlich einen großen Drive, das heißt, bei uns arbeiten eigentlich nur Leute, die auch ein großes Warum haben und auch was verändern wollen und dann Ownership, also dass wir von, wir, gerade ich glaube, als Gründer ist es relativ normal, dass du für alles, was du selber verursacht hast, bist du halt auch selber verantwortlich, weil dir wird niemand kommen und helfen, das ist so der Wert Ownership oder Work Ethic, ja, also wir, Mareike und ich, wir haben beide viel gearbeitet und das auch gerne gemacht und wir wissen auch, was, wenn du was richtig Außergewöhnliches schaffen möchtest, dann klappt das meistens nicht, wenn du gewöhnliche Dinge machst, ja, also die Welt verändern wird schwierig, wenn du nur gewillt bist, 30 Stunden die Woche zu arbeiten und um Punkt 15 Uhr den Kudi fallen zu lassen, dann ist Work Ethic bei uns auch ein DNA-Wert und so geht es halt weiter, dann gibt es noch eben Fokus, was ich erzählt habe, wie könntest du deine Transformation vom Gründer zum Manager beschreiben, der früher mal zusammen mit Mareike alles gemacht hat, viel, ich weiß nicht, Gaffer-Tape, WD-40, heute führt, strukturiert, eigene Rolle hat, koordiniert, welche Rolle liegt dir näher oder wo fühlst du dich wohl? Diese Transformation ist ongoing. Still running, kleine Disclaimer, ja, ich würde nicht sagen, dass ich der perfekte Manager bin, ich bin zwar schon auch eine Eule und so strukturiert, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie SOPs oder also Standard Operating Procedures, irgendwelche Prozesse schreiben müsste und so weiter und die up to date halten müsste, würde ich eingehen. Dementsprechend ist es mir schon auch wichtig, dass wir Leute im Unternehmen haben, die das lieben und die sehr, sehr strukturiert sind. Zum Beispiel unsere Head of Product, Luca, sie ist, ich würde mich als strukturierter bezeichnen, aber sie ist dann noch viel strukturierter, das ist ihre Superpower und ich bin jedes Mal begeistert, wenn sie da so in ihre Superpower kommt und eben diese Qualität mit in Into Mind reinbringt. Ja, und darum ist so meine Empfehlung, vielleicht wenn du als Gründer, gar nicht dafür geboren bist, Manager zu sein, dann versuch dich vielleicht da gar nicht reinzudrängen. Ein Stück weit musst du das natürlich annehmen und das auch zu starten und auch verstehen, aber wenn du nicht die ganze Zeit gegen dein eigenes Naturell kämpfen möchtest, dann such dir lieber Leute, die das machen und ich habe für mich mittlerweile schon auch erkannt, ich möchte dieses Unternehmen nicht um jeden Preis, das heißt um meinen Preis, um jeden Preis führen. Ich möchte nicht, das machen, obwohl es mir damit schlecht geht, ich möchte nicht die ganze Zeit gegen mein eigenes Naturell kämpfen, sondern ich möchte in meiner Kraft sein, ich möchte Energie haben, ich möchte ins Office gehen und irgendwie Lust auf den Tag haben. Ich sage immer, ich möchte eigentlich morgens aufstehen und denken, ja, ich habe Bock auf den Tag und das hast du halt nur, wenn du auch in deiner Superpower bist. Darum ist meine Empfehlung, such dir lieber Leute, die deine Schwächen ausgleichen können, anstatt selber die ganze Zeit in deine Schwächen reinzugehen. Yes. Was ist deine Superpower? Ja, meine Superpower ist Resilienz durchziehen und Also du kannst mit ganz viel Druck? Ja, ich kann mit viel Druck umgehen und mittlerweile habe ich es mir schon auch angeeignet, dass ich einfach mit mit Energie die Leute in die richtige Richtung bringen kann. Ja. Geil. Wenn du magst, ich würde gerne noch das Thema Trennung oder ich führe Into Mind alleine weiter thematisieren, weil das, du hast es vorhin angesprochen, wenn Managerial-Themen nicht deine Superpower sind, wie es in meiner Geschichte oder auch in der Geschichte mit Matthias und mir war. Wir haben uns dazu entschieden, eine damals Geschäftsführer-Transformation anzuberaumen, uns also bewusst aus dieser Managerial-Roll rauszunehmen. Die hat dann nachher damit geendet, dass wir das Unternehmen verlassen haben, aber wir haben uns perspektivisch nicht mehr in dieser Rolle gesehen und haben uns haben das angeschaut als wir sind Eigentümer dieser Gesellschaft und zwar nicht mehr mit so viel Prozent, aber trotzdem Eigentümer, würden wir uns selbst noch als Geschäftsführer einstellen. Haben entschieden Nein und haben so eine GF-Transformation anberaumt und sind so ein Stück weit aus dieser Rolle und damit auch aus dem Unternehmen rausgeschieden. Wie war das bei euch oder wie kam die Entwicklung, dass Into Mind heute von dir alleine weitergeführt wird? Ja, also im Endeffekt ist es einfach so, dass Mareike und ich uns privat getrennt haben und das ich meine, das kann sich jeder vorstellen, dass das dann irgendwann auch nicht mehr die angenehmste Situation ist, wenn man tagtäglich irgendwie zwölf Stunden aufeinandersitzt und dann Mareike wollte auch wieder einfach wieder so was Individuelleres machen, wieder näher auch an den Kundinnen dran sein, was jetzt nicht heißt, dass wir weit von unseren Kundinnen weg sind, aber es ist einfach schon nochmal was anderes, wenn man halt alleine was macht oder halt dass 30 Personen wirklich tagtäglich daran arbeiten, wirklich was Großes zu erschaffen und das war dann im Endeffekt die Entscheidung, die wir beide dann getroffen haben und ja, das heißt, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, sondern dann war die Entscheidung da, okay und dann versuche ich halt das mit Into Mind zu machen und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung im Nachhinein, weil sie hat natürlich auch den Vorteil, dass wir zusammen diese Personal Brand aufgebaut haben, das heißt, sie kann damit natürlich auch wieder einen ganz tollen Start hinlegen und wir haben bei Into Mind ein ganz tolles Team aufgebaut und können dadurch diese Legacy weitertragen und darum ist das, glaube ich, eine ganz schöne Symbiose jetzt im Endeffekt geworden, wo beide weiter im Endeffekt die gleiche Vision vorantreiben können, nämlich Menschen gesünder und glücklicher zu machen. Und war nie der Gedanke da, hey, wir haben das jetzt irgendwie sieben, acht Jahre zusammen aufgebaut, wir verkaufen das Ding jetzt, weil ich habe immer Bock irgendwie aus dieser Operative rauszukommen und komplett was anderes zu machen. Nie so wirklich, also nie so wirklich bei mir, weil ich mich schon auch gefragt habe, okay, wenn ich das jetzt verkaufe, wie geht es dann weiter? Und im Endeffekt habe ich mir dann überlegt, okay, dann würde ich mir ja in zwei Wochen überlegen, was mache ich dann und was macht mir Spaß und dann wäre es im Endeffekt wieder das Gleiche. Das dürfte ich dann wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn du ein Unternehmensverkauf hast oder meistens ein Wettbewerbsverbot oder sowas und darum hat das für mich einfach keinen Sinn gemacht und ich bin glücklicherweise gerade in der Situation, dass ich wirklich morgens aufstehe und Lust auf den Tag habe. Ich habe Lust, mit unserem Team zusammenzuarbeiten. Ich habe Lust, mit unserem Team die Leben unserer Kundinnen zu verändern und das ist ja einfach im Endeffekt das Outcome, was ich gerade, was ich immer wollte, jetzt gerade lebe. Darum, warum sollte ich daran was ändern und natürlich ist es auch wieder eine schöne Herausforderung für uns und das muss man jetzt nicht bestreiten, wenn deine Hauptpersonal Brand, das Hauptgesicht, was auch die Hauptconnection zu unseren Teilnehmerinnen hat oder hatte, wenn du das Unternehmen verlässt, ist das natürlich eine große Herausforderung und wir haben uns auch, ich habe mich im Team einfach ganz offen mit allen zusammengesetzt und wir haben gemeinsam entschieden, ja, lass es uns machen. Wir haben richtig Bock drauf. Lass uns aus dieser vielleicht eher negative Situation was Tolles schaffen, wirklich eine Erfolgsstory schreiben, worauf wir dann vielleicht in 10, 20 Jahren alle zusammen zurückblicken können und sagen, das ist das, wo ich in meinem Leben am stolzesten drauf bin, dass wir das zusammen gemeistert haben und auch wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich fast schon wieder Gänsehaut, weil das so eine Energie in mir ausgelöst hat, so eine Motivation in mir ausgelöst hat und wir haben jetzt gerade letzte Woche unser erstes neues Produkt gelauncht, eben ohne Mareike und die Resonanz darauf ist unglaublich positiv und wir haben jetzt schon, obwohl das Programm, wir haben schon Testrunden gestartet vor ein paar Wochen mit wenigen Leuten und da ist die Veränderung schon wieder so grandios, dass ich jetzt schon weiß, allein deswegen hat es sich gelohnt. Wie viel Prozent Angst war in dieser Entscheidung dabei? Woher kriege ich das alleine wirklich hin? Klar, viel, viel muss ich sagen, auch weil ich vom Persönlichkeitstyp eher der Typ bin, der, stellst du mir vor, ja, der, der schon auch eher so zu diesem, zu diesen Gedanken neigt. Aber auch da war das für mich eine super Wachstumskurve die letzten Monate. Ich habe von Tony Robbins erzählt, ich war auch bei Tony Robbins jetzt auf verschiedenen Seminaren und das hat mir sehr geholfen. Date with Destiny letzten Bedenken. Genau, Date with Destiny zum Beispiel, wo, da entdeckst du zum Beispiel auch deine Werte und deine Patterns und es, da habe ich zum Beispiel verstanden, okay, mein größter Away from Value ist Fear. und meine, oder das ist Angst? Angst, ja. Und meine Primary Question, das ist vielleicht spannend, das heißt, jeder Mensch hat eigentlich so eine immer wiederkehrende Frage in seinem Kopf, die man vielleicht gar nicht bewusst so aussprechen kann, weil die einfach vor allem unbewusst immer da ist. Aber jeder Mensch hat die und ich habe eben herausgefunden, meine Primary Question, also meine Frage, die immer da ist, ist, what could go wrong? Also was könnte, was könnte passieren, was könnte schief gehen? Und wenn du dir das überlegst, dann ist das natürlich automatisch immer etwas, wo du eher aufs Negative fokussiert bist. Aber diese Primary Question kannst du ändern. Ja. Und meine neue Primary Question ist, what if something amazing is about to happen? Ja, also was mir daraus was großartiges passiert. Wirklich geil. Richtig. Und ich habe jetzt allein in diesen Wochen und Monaten so viel für mich gelernt, eben raus aus diesem Grübeln zu kommen und hin zu dieser positiven Energie zu kommen. Das heißt, ich würde sagen, diese Trennung, diese Transformation, diese Gedanken, mache ich das, mache ich es nicht, schaffe mir das, schaffe ich nicht, war in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich das größte Wachstum, was ich erlebt habe und wofür ich unglaublich dankbar bin. Ja, man sieht es dir auch an, wenn du es so erzählst, für die, die jetzt zuschauen und nicht nur zuhören. Super beeindruckend, wie du es auch so schilderst, freut mich mega. Dann nimm uns doch mal mit in diese amazing oder awesome Future, die passieren könnte. Was hast du dir vorgenommen jetzt als alleinige Führung von Into Mind? Was hat amazing passieren? Ja, also eine große Erkenntnis ist natürlich, dass man sich da überlegt, wir haben eine große Personal Brand aufgebaut, das hat richtig gut funktioniert, ersetzen wir die jetzt einfach zum Beispiel, werde ich das jetzt oder irgendeine große Influencerin oder was und die Erkenntnis, die wir hatten oder die ich hatte und wir im Führungsteam dann weiter besprochen haben, ist eigentlich, hey, ich will, dass unsere Kundinnen unsere größten Personal Brands werden. Ich will nicht mehr, dass es da die eine Person gibt, die irgendwie alles trägt, sondern ich will, dass wir noch mehr Fokus auf Produkt legen, dass wir noch mehr Fokus auf Kundenerfolge legen und dadurch das intrinsisch wächst und das ist so eigentlich das Ziel, dass unsere Produkte so, so, so gut bilden, dass eigentlich wirklich, wenn deine, wenn du, wenn eine unserer Kundin das Programm macht, die kann nicht anders, als ihre Nachbarin davon zu erzählen, weil die so begeistert ist und da möchte ich hin und da sind wir schon auf einem super Weg, also wir haben über 2.500 Trustpilot-Bewertungen mit viel, im Schnitt 4,9 Sterne, also wir haben schon richtig gute Produkte, aber da geht immer noch mehr und das wollen wir schaffen, wir wollen wirklich schaffen, dass unsere Kundinnen einfach von A bis Z begeistert sind und genau die Erfolge feiern, die sie sich wünschen und das Ganze einfach differenzierter aufbauen und jetzt haben wir 250.000 Kunden und unser nächster Meinstein wird eine Million Kunden sein und dann 10 Millionen Kunden. Sky is the Limit habe ich erst vor zwei Tagen in einem Teammeeting gesagt und Ziel ist einfach, dass wir mit IntoMind, die Jessica aus unserem Team, sie sagt das immer so schön, eine Dell ins Universum hauen und das ist das Ziel. Wenn ich dich in vier Jahren, 20, 28 noch mal interviewe, seid ihr bei der Million? Da sind wir hoffentlich bei 10 Millionen. Ah, wirklich? Ich mag die Ambitionen, mega geil. Ich habe zum Schluss noch so zwei, drei himmlisch-teuflische Fragen für dich vorbereitet, aber ich will erst mal Danke sagen für dein offenes Teil und für die mega Geschichte. Gerne. Macht das Spaß. Du kannst doch wirklich gut Fragen stellen. Dankeschön. Ich fühle mich wohl, danke. Ich habe echt riesen Respekt, wie ihr das nicht nur aufgebaut, sondern jetzt auch in dieser Trennungsphase, die ihr gejüstet habt, weil man kann sich ganz einfach vorstellen, dass es richtig, richtig hart ist. Ja, ja. Teuflische Frage Nummer eins. Auf wen oder was bist du neidisch? Neid ist ein super spannendes Thema. Natürlich guckst du als oder ich, ich will es nicht für Allgemeiner. Du guckst dann schon immer, okay, wer hat vielleicht mit mir gegründet und wie weit sind die jetzt schon, ja? Und wenn die irgendwie mehr Umsatz machen oder wie auch immer oder die irgendwie eine Erfolgsgeschichte, dann schaue ich mir das an und dann kommt schon immer so ein Impuls von, warum sind wir noch nicht so weit? Aber ich versuche das, ich versuche das dann immer umzutauschen. Also ich bin dafür sehr achtsam für dieses Thema Neid und möchte das eigentlich nicht in meinem Leben haben, wobei ich da noch nicht ganz angekommen bin. Aber wenn du fragst, okay, auf wen bin ich neidisch, dann sind es manchmal, wenn dann diese Situation, wo ich andere Gründer anschaue, die vielleicht objektiv oder subjektiv erfolgreicher sind, wobei du ja auch nie hinter die Kulissen schauen kannst. Das ist ja nur immer die Spitze des Eisens. Genau und ich finde, Neid an sich, finde ich, ist ein Wert, den ich überhaupt nicht gerne mag, der, finde ich, in meinem Leben keinen Platz haben sollte, aber wo der Mensch einfach gerade in Deutschland ein bisschen zu geneigt ist und da arbeite ich immer noch dran. Ich habe eine schöne Definition von neidisch gehört im Sinne des höchsten Grades der Anerkennung und es transformiert Neid irgendwie in ein, wie soll ich sagen, ein Respekt oder eine Anerkennung und ich kann damit mit diesem Wert irgendwie besser umgehen. Wobei Neid ist auch, also ich finde es, es kommt eher so aus, nicht aus der Fülle heraus, sondern eher aus dem Mangel und das mag ich nicht. Also was ist, warum bin ich noch nicht so weit? Das ist ja eher so ein Mangelgedanke und da lieber so aus der Fülle, hey wow, was haben die Geiles aufgebaut und dem zu schreiben, hey krass, was du gemacht hast, ich bin stolz auf dich oder du bist ein geiler Typ oder eine geile Frau und das mag ich viel lieber. Mega schöner Gedanke. Wer oder was hat unter deinem Erfolg am meisten gelitten? Ich würde schon sagen, wenn dann Freundschaften beziehungsweise Social Circle. Warum? Weil wir haben einen Medizinstitut gegründet und am Anfang waren wir da voll involviert. Man kennt das Student irgendwie immer am Wochenende feiern gegangen und so und irgendwann von jetzt auf gleich waren wir da halt komplett raus. Also wir waren nicht mehr feiern, wir waren auch nicht mehr unbedingt so viel in der Uni, weil wenn es keine Anwesenheitspflicht gab, haben wir halt lieber vielleicht zu Hause uns dann auf die Klausur vorbereitet und dadurch ist dieser ganze Uni-Freundeskreis so weggebrochen und auch die letzten Jahre, wir haben halt super viel gearbeitet. Also wir haben am Wochenende gearbeitet, wir haben auch spätabends gearbeitet und dann fällt es vielleicht auch unbewusst einfach hinten rüber und ja, das würde ich sagen, hat deshalb am meisten geleidet, wo ich jetzt aber auch wieder, wenn du dafür auch wieder achtsamer wirst, bei uns dreht sich viel um Achtsamkeit und aus der Achtsamkeit entsteht dann eben erstmal vielleicht so eine Erkenntnis und darum gehe ich das gerade oder habe ich aktiv auch angegangen diesen Sommer und bin da sehr dankbar, dass ich da das ein bisschen nachholen durfte. Mega. Wann hast du zum letzten Mal ganz herzhaft Nein gesagt? Ganz aktuelles Beispiel. Vor zwei Tagen oder gestern glaube ich sogar, zwar unser COO, wir nutzen gerade als Projektmanagement Tool Asana und unser COO und ich, wir sind glaube ich von Persönlichkeitssüb relativ ähnlich, das heißt, er will auch so ein bisschen ADHS, so wie ich auch und da gibt es dieses coole Ding und diese cool tun und er kam mit dem Tool Notion und wir müssen von Asana jetzt auf Notion und ich wechseln und ich so Nein, wir machen jetzt erst mal diesen Launch, dann schauen wir, wie wir diese ganze Transformation gut geregelt haben und dann meinetwegen können wir umziehen, weil das ist auch wieder ein Riesenprojekt und das war sehr lustig, aber wir verstehen uns auch auf einer persönlichen Ebene sehr, sehr gut, darum kann ich ihm da, aber er sagt, nein, auf keinen Fall. Klassische Diskussion auch bei uns. Matthias hat oft gesagt, wir haben kein Tool Problem, wir haben ein Kultur Problem. Ja, es liegt nie oder es liegt ganz, ganz selten wirklich am Tool, sondern es liegt an der Kultur, wie man das Tool pflegt und man versucht dann eine schlechte Kultur mit einem anderen Tool zu compromisen, aber es funktioniert natürlich nicht. Ja, mega. Zum Schluss drei Fragen oder Sätze, die ich dich bitte zu vervollständigen. Bisher meine allergrößte Dummheit im Leben war? Eben in der einen oder anderen Stelle nicht initiativ genug zu sein, nicht ja zu sagen, es einfach mal zu machen vielleicht. Bei IntoMind gehe ich erst raus, wenn? Wenn ich das Gefühl habe, dass ich morgens nicht mehr aufstehe und so diese Motivation habe, wirklich was verändern zu können. Und in meinem Leben will ich noch unbedingt ganz, ganz viel erleben. Also ich sage mittlerweile immer Life is about Experiences. Darum reise ich momentan auch relativ viel, lerne neue Leute kennen. Ich sage einfach jetzt viel mehr Ja zu allem als früher. Ohne so diese Ratsche, oh was könnte sich daraus ergeben? Sondern einfach mal machen und darum, ich will einfach noch ganz viel erleben. Das ist ein schöner Beweis für deinen neuen Wachstumspart. Was, wenn etwas richtig Geiles draus wird? Mega, mega schön. Ich will es genau damit stehen lassen. Lieber Marc, es hat mir richtig, richtig Laune gemacht. Es war mega spannend. Vielen Dank dir für diese ehrliche und offene Schilderung. Es war echt mega, mega cool. Und wenn es auch euch gefallen hat, wenn ihr in den Impuls eine Inspiration mitgenommen habt, lasst mir gerne ein Like hier, schreibt es in die Kommentare und abonniert den Kanal. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald wieder im nächsten Startup-Schlau-Podcast. Bis dahin, Servus. Danke Marc. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.